Du, Eddie, es gibt Zuschauer, die bewerten das Video nicht. Hå? Das ist nicht dein Ernst? Hå? Wad soll dat? Aufs Maul Das kann doch nicht so schwer sein Daumen hoch oder Daumen runter Hå? Also ihr Pflaumen hoch den Daumen! Oder runter! Und wenn nicht dann... Dann klatschtet Tuttuttuttuttuttuttuttutt datadadadadaaaa Dazuah Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Alles gut. Ich kümm mich um die am Berg. Ihr habt die Typen. Headshot down. GG, guys. Fuck you, man. Haben wir gerade. Naja. Fucking asshole. What? Okay, ich wollte ihn gerade aufheben, jetzt habe ich ihn gekillt. Was los mit euch? Wollt ihr einen Online Raid haben oder warum seid ihr so frech? So, wir gehen jetzt offline. Dann könnt ihr schön wieder nach Hause steppen. Alles klar, ist aufgenommen, ne? Werde ich dann jetzt dem Admin vorspielen. Alles klar. Gut, ich bin raus. Ja, okay. Das Problem ist, wenn wir den Leuten gestartet haben, könnt ihr offline gehen, wie ihr wollt. Richtig. Wollen wir raiden? Jo, jetzt raiden wir sie. Jo, holt mal C4, dann raiden wir sie. Ja. Wie geht's? Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal auf die Reihe. Wir gehen jetzt mal auf die Reihe. Das ist okay, ich bin ich auch auf die Reihe. Und die Reihe. Das ist ja so, wenn wir ihn wieder geben. wir kommen aber mit der Axt nicht mit der Kettensäge siehst du ihn noch oder? der hackt noch hier ja ich hör ihn nur ich geh nicht näher ran weil ich da keine Deckung hätte ja ich seh ihn ich hör ihn nur wollen wir überfallen? ja er entdecke Richtung 120 ah da hinter uns hinter uns hinter uns alles gut ich komm mich um die am Berg ihr habt die Typen Hedgehog down siehst du ihn noch? ja ja immer noch 1100 ich muss hier irgendwas anders auf suck my dick grüne Karte blaue Karte weg toti gg guys fuck you man haben wir gespielt naja fucking asshole what ok ich wollte ihn gerade aufheben jetzt hab ich ihn geküllt was habt ihr gesagt? fucking asshole wie hieß er denn crazy den du gerade gekillt hast? oh äh irgendwas mit Haik irgendwas was los mit euch? wollt ihr einen Online Raid haben oder warum seid ihr so frech? wie hieß der jetzt der den du geplättet hast Oli? das hat mein dick ok schade ich dachte das wär der hoffentlich kommen uns die drei Affen noch mal entgegen was sind das die hier drin? ja ja das sind die drin guck mal da oben sind keine Türen drinnen pusht mich mal hoch merk mal ups und da muss noch einer mit hoch man Tür geht auf warte nochmal stell ich nochmal an stell ich nochmal an warte 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 Tür ja ist ja hier vorne diese Tür hier ja Uli hopp so jetzt noch mal einer hier mit hoch ja great bleh dich auf der Rückseite ja ja ich bin hier komm wieder zurück komm wieder zurück komm wieder zurück komm wieder zurück da ist wieder los geh mal noch ein bisschen nach links genau und dann komm ich jetzt da nicht hoch bei dir du machst halt hier ich komm ne ich komm ohne Scheiß das war wie letztens ok lass ich mal probieren stell dich mal hin geh mal näher ran ne ich kann nicht näher ne ich komm dir auch nicht hoch ne es geht nicht ne es geht nicht versuch mal hier ne ne nicht springen nicht springen steh auf ne ich ne 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 nicht ne 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 sind die denn überhaupt noch da oder sind die jetzt oft reingegangen sind noch da naked beobachtet uns auf 120 sag mal warum sei so frech so wir gehen jetzt offline dann könnt ihr schön wieder nach hause alles klar ist aufgenommen ne werde ich dann jetzt den appen vorspielen alles klar gut ich bin raus das problem ist wenn wir mit den Leuten gestartet haben könnte offline gehen wie ihr wollt richtig wollen wir raiden jetzt gehen wir raiden wir sie holt mal C4 dann raiden wir sie sie waren online wir haben angefangen in die Butze rein zu gehen schreibt es direkt in den chat brauchst du nicht ne 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 ja gut hast du aufnahmen kannst du hier vorspielen genau bringt Flammenwerfer mit falls wir haben bringt Leitern mit ja was ein kack Volk alter wir gehen offline dann dürft ihr uns nicht mehr raiden mhm alle sind auf der Aufnahme so funktioniert das aber nicht nicht wenn der raid schon gestartet hat ja und der raid hat gestartet weil O die in die Butze rein ist ja 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 und die Türen schon raus sind am Hage Frage ist wie viele C4 haben wir und jetzt in der Base ich guck ja hier oben 8 Stück aber Flammenwerfer haben wir leider keine 8 und 8 Satchels haben wir bisschen Explosive noch bringen mit bringen mit wir könnten auch mit Rockets noch haben wir auch noch 8 Stück haben wir Raketenwerfer da einen haben wir noch mhm ach so ja dann bringen 4C4 mit bringen ähm wir bringen alles Explosive Zeug mit ja und ganz wichtig ist die ähm die Leitern äh dann kläre ich mich mal hier das Zeug was ich gekriegt hab Affenkinder alter und dann noch so so eine Art so frech weißt du so ja dann werden wir jetzt mal offline gehen ne könnte doch schön nach Hause dampfen wieder Vogel ey wenn wir Raketenwerfer haben dann machen wir das ganz anders ja dann machen wir das ganz anders dann gehen wir hier hinten rein und dann ist obwohl warte mal wenn wir sogar dann könnte ich auch von oben direkt reinspringen dann tut's nochmal weh also eben 8 Rockets äh 8 C4 8 Satchels und 31 äh Explosive Munition haben wir reich dicke so viel brauchen wir gar nicht glaub ich für die Base hier ne ne aber ist nicht mehr alles mit dem wir hätten sie ja vor allem noch in Ruhe gelassen aber ich hab mir dann aufgehoben da hat er ja noch mich als fucking asshole äh betitelt ja aber das war auch der die nur weggenockt hat das gerade oder was mhm weil die andere hat ja englisch gesprochen direkt von Anfang an ja die haben beide englisch gesprochen wow also das ist der Standard dass man gleich mit englisch antwortet falls auch klar war lustig ne ne das ist Happy denn da so die müssen hier ja ja was willst du denn haben äh Rakete die Rakets und die Raketenwerfer oh ähm hier kann man einer nehmen ich bin ein bisschen cool von den Herrschaften sind hier irgendwo Raketen noch? Leitern hast du Leitern mit? ne es waren keine mehr da es sind Leitern definitiv doch es sind Leitern in der Baukiste gewesen ne es ist egal mach mal so ne mach mal ohne mach mal ohne wir gehen eh hier unten rein glaub ich äh ich würd sagen hier hinten rein oder denkst nicht dass durch die Türen billiger ist ne brauchen wir Expo-Money hast du Expo-Money? ja ein 30 hab ich wie gesagt das ist ja nie kommen alles also hier Airlock und den Scheiß ja im Metal brauchst du vier von oben durch den Boden und hier hinten rein hier hinten in der Ecke hier bei Metall ja da rein ja ja gut brauchst du gleich deine 8 Rockets dahin ich gucke ich gucke hinten Richtung Westen ne ne ja ich glaube dass es keine Black Sunny kommen ist sonst innen dann wird vielleicht ein Metal Sunny mit C4 ah ne ich glaube schon ahhhh es scheint gleich der Bunker zu sein egal ich mach weiter ein bisschen Expo-Money ich hab nichts mehr einfach mal hier in der Ecke schießen einfach mal hier in der Ecke schießen gut genau in die Mitte da mhm ein Leben nur noch ein Leben nur noch ja ja reicht wer hat das noch? drei aha Bunker wieso Alter gut alles einsammeln uh 7z ehhh die wollten dann gleich mal mit Dings mit Satches raiden ich hab noch Schredder Zeug Fahnräder hab ich noch gefunden irgendwas zum Kloppen hier ja hier ist was zum Kloppen wo ist der TC? ja ich hacke erstmal hier die Kisten weg dass ich da rankomme ja ja der TC ist dahinter glaube ich hinter der Tür? ja kannst du mal die 4 Z-Schutz ran kloppen ja ich hab jetzt 15 Z-Schutz ja hau viel ran ne acht au 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 guck mal die Betten oder die Schlafhänge kaputt machen noch oder ist das Wursch? ne die kann ruhig gucken wenn wir sie jetzt raiden kann sie gucken hier ist noch ne Revo und ne Double Bell nimm die mal bitte raus aus der Kiste die ich hatte ne ich hab noch Platz wenn einer was haben wir loswerden oh 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 und? noch ne Tür jetzt mach ich weiter mit Satchels oh einer geht natürlich wieder aus ah ja ok hier ist der Bunker haben sie mit Holz zugemacht Bunker Base wie ich schon ahnte ne Bunker Base also nur zum Farmen quasi ne ne Bunker Base ist die bauen sich ein über Nacht ach so ja wo ist der eine Satchel? ok die ist weg Trap House Skrr ok ähm da ist noch Fleisch oh fett ja wenn du was zu essen hast schmeiß das grad mal raus brauchst du essen? ich hab noch 26 ja ich würd was essen hast du was zu hacken? oben ist eine Kiste gelockt ja ich hacke aber dann ist das hier hinter der Tür schon wieder hier ist Essen unten im Loch ja mach die nächste Tür auf Rodi hier unten ja mach wir haben genug Sprengkraft wir brauchen die nicht auf Profit gehen bei denen ey kommt ein Hackett hallo ey du kleine Nuttensohn oha wer war das? kleiner Nuttensohn hat er gesagt wie hieß der? ja g irgendwas g gl teufel na wir sind am raiden dann kann er nicht einfach hier rumrennen auch selbst wenn er da nackig ist nicht ja das beleidigen ist das oh hqm oh 415 low grade 145 oh ja hier komm mal hoch hier ist immer noch nicht das sie ist egal Bronx komm mal hoch unten durch und dann hinten lang oh Kohle haben sie ja um was und hier mitnehmen alles mitnehmen was hier drin ist ich bin voll das kann ich rausschmeißen Stoff das kann raus Ba-ba-ba-ba-bauhelm da nehme ich das Low-Gerät raus und schmeißt den dann auch weg oder? hier hab ich noch jede Menge Müll warte mal raus raus mal nachbauen ah der DC wird hier oben sein ja warte ich mach die eine Tür noch auf mit dem Satchel Satchel ist mit dem Raiden eh nicht mit dem Scheiß 2 sind dran draus wird geschossen zieh mal hoch ah ne geht nicht so da sind jetzt noch die Verbände drin und die mit Kabel Z ist egal ah ich seh ihn Hit um rauns ich Innit er hat einen gekilled da hinten der has ovti leiht aber weiter direkt bei uns vor der base mhm komm schon ich hasse Satchel ja man is so Kannst du eine Rocket hier hinballern? Ich hab keine Rocket mehr Keine Explosive Vielleicht reichen die Explosives Und reicht Ich hab noch 16 Ah ne Ja komm Was soll der Geiz? Ja weg mit dem Dreck Ach so Ohne Scheiß Ich weiß nicht wo die in Tissi haben Reingebaut vielleicht Ja aber wo? Oha wie viel hier rumliegt Der könnte glaube ich nur noch in diesem Dreieck hier sein Hier unter dem Hier drunter geh mal weg 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 Hab ich das Gefühl Hm Ah ist doch egal Scheiß drauf Ich würde sagen wir bringen jetzt zurück Komm wieder holen die Kohle Und den Resten ist gut Hier warte ich kann mich noch voll machen mit Kohle Den guten Loot haben wir glaube ich Aber warum müssen die immer direkt beleidigen die Affen? Ich hab keine Ahnung Selbst wenn der nackt hier ranrennt Er kann doch nicht Wer hier geradet wird Einfach nackt ranrennen Tja Ich hätte ihn ja noch aufgehoben Weißt du aber Bei dem Nackt ranrennen kann er ja Aber dass er dann Wenn er gedownt wird Beleidigen muss Der nächste wenn er dann noch mal sowas hat Dann kriegt er von mir auch das gesagt Ich hätte dich leben lassen Aber bei durchsteigend Dank deiner großen Klappe Mach sie hoch Da liegt ein neuer Schlafsack auf 140 Das ist ja genau selber Die wohnen ja auch bloß geradet Weil sie halt gleich wieder hart beleidigen mussten Ja Sehr schön Aber es ist gelohnt finde ich Also jetzt von Komponenten her Und von Fett her Von Rohöl her Ich geh jetzt wieder zurück Und noch den Rest dann raus Ja Komm auch Einfach lieber die Kisten Jetzt Oh Äh Bringen wir ein bisschen Pisse Äh Quatsch Äh 5 und 6 damit bitte Äh Ja Jetzt mal gucken Den Typen den er gekillt hat Ob der noch Glut hatte Weil der ist ja abgehauen Als ich ihn getroffen habe Ich bin auch schon wieder raus ne Crazy Jupp Wo lag der Kollege Ist der wieder aufgestanden und weiter gelaufen? Läufe Das ist auf die andere Seite gelarcht Brons Äh ich bin rechts rum ausgefallen Wappert Früh genug gemerkt Wieder rumgedreht Hier liegt er doch Oh Bungie wurde komplett leer gemacht Er muss ja wiedergekommen sein Hhhhh Ah du bist doch oben jetzt Jaja ich hab mal den Typen angeguckt Der da gekillt wurde von dem anderen Ob der noch Loot hatte Weil er hatte auf jeden Fall noch was angehabt Vorhin Seile brauchen wir sowieso Wir haben eh kaum noch Seile Vielleicht Boah links von mir Links von mir Ich bin grounded Ich bin tot Der hat sich im Gebüsch versteckt Dickbutt Im Gebüsch versteckt und gewartet bis wir vorbei latschen Ja Ich komme Was Ei In den Gebüsch Schaffst du Mhm Der ist noch in der Base drin Kommt der zurück Kommt der zurück Ja ich bin schon auf dem Weg Ja Der baut zu Der baut bei V6 War der Na scheiße Okay Die gehören dir zu Bigbutt Naja Nicht so schlimm Ja gut Er hat jetzt meine MP5 gekriegt Mehr hat er von mir nicht gekriegt Ob meine Rüstung halt Zwei komplette Gearssitz haben sie jetzt Warte ich hab der nicht komplett gelootet Mich hat er nicht komplett gelootet Ja Bisschen kleiner Hier lag nur ne Rakete LOL Wer läuft hier? Ihr? Ich 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 komme hoch den Berg Ja Ja Was haben sie jetzt gekriegt Die Knarren ne Ne Tommi Munition Spritzen MP5 Und ein Gearset Dann kann der aber doch nicht dazugehören Dickbutt hieß der Typ Ja den gehören die nicht dazu Ja wie konnte der denn zubauen Die sind wie Aktive drin in der Base Ich weiß nicht ob der dazugehörte Aber ich glaub nicht Danke für den ganzen Loot Nächstes Mal die so ne große Klappe Ähm Du kannst mal gerne die Schnauze halten Nö Äh 100 100 Scrap ist geiler Loot oder? Find ich auch Och da gab mehr weil wir brauchen War schon nice alles Ah du du Gar kein Problem Äh Bring mal erst die Kinder ins Bett Und dann drehen wir weiter Wir haben euch doch ins Bett gebracht gerade Ah ja komm Dieser kläglich Versuch Ja wir gehen jetzt mal auf Die Rentnerhände Digga 1 gegen 1 Geh mal weg hier Geh mal weg Ja ist einer salty Ich bin nicht auf den Sack alter Ja Na ich bin nicht salty Digga Ich hab besseres zu tun als Rustin in meinem ganzen Leben Genau offline gehen wenn dir graded wird zum Beispiel Aber mach mich weiter Digga mit 45 Hm 45 Ich hab noch andere Sachen ich muss auch noch deine Frau bumsen zuhause Achso Ach das hier hat die Resten zu viel gelacht Alter Geil Boah Naja wie gesagt Dankeschön für den äh Raid ne Ciao Ah danke vom Problem Ciao ciao Outtake Das ist wie ne Ordnung hier Kohle liegt hier drinnen Ne Kiste liegt hier drinnen Ja die eine Kohle die ist versehentlich da drin Naja Natürlich nicht um dich zu ärgern Ne ne Und die Kiste auch nicht Nein natürlich nicht Ihr Affen gehören Alter Hehehe So dann Düs ich schon mal los Was hab ich dir gesagt? Hehehe Was da sind die Aufreger? Hehehe 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 Arschlöcher Achso hast du eigentlich schon dein Wutrad entdeckt? Hehehe 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 Hast du auch noch nicht gesehen ne? Gnade prügeln schießen Bis Zehn zählen Ey alter Hehehe Hehehe Geblödpenner ey Hehehe Habe ich extra heute Morgen schön für dich gebaut Du kannst dich mal im Arsch lenken Hehehe Hehehe